Die Elisabethkirche in Marburg. Durch die Altstadt gehen wir hoch zum Landgrafenschloss. Ich zeige euch den besten Weg, der an den schönsten und wichtigsten Sightseeing-Punkten vorbeiführt. Los geht's! Bevor es hinauf in die Oberstadt geht, machen wir einen kurzen Abstecher zur gegenüberliegenden St. Michaelskapelle, der Michelchen, wie es liebevoll genannt wird. Auf dem kleinen Friedhof, mit den historischen Grabsteinen, schöpfen wir Kraft für den Aufstieg in die Oberstadt. Über den Steinweg geht es hinauf in die Fußgängerzone. An der Wasserscheide halten wir beim Dienstmann Christian an. Älterer erinnern sich noch an das Marburger Original. Vorbei an kleinen Läden geht es sanft bergab. Schauen Sie aber auch mal nach oben zu den schönen historischen Fachwerkhäusern. Wir kommen zum Kilian, dem ältesten Bauwerk in Marburg. Gebaut als Romanische Kirche war es später Zunfthaus, Backhaus, Stadtbarke und ist heute ein Wohnhaus. Nach nur wenigen Metern stehen wir an der Universitätskirche. Die ehemalige Klosterkirche der Dominikaner ist offen und kann besichtigt werden. An die Kirche schließt die alte Universität an. Über den schmalen und steilen Hirschberg, so heißt diese Gasse, kommen wir zum Marktplatz. Das historische Rathaus dominiert den Platz. Nach einem Blick auf den Marktbrunnen mit der Reiterfigur des Heiligen Georg, gehen wir einige Meter durch die Barfüsterstraße vorbei an Läden und Cafés. Wir biegen in eine der zahlreichen Gassen auf der rechten Seite ab und steigen hinauf zur Lutherischen Pfarrkirche St. Marien. Der Pfarrhof wird gerne als Balkon Marburgs bezeichnet. Und das stimmt, wir haben einen tollen Ausblick auf die Altstadt. Dort oben sehen wir schon ganz nah das Landgrabenschloss. Bevor wir weiter gehen, lohnt sich ein genauer Blick auf die Pfarrkirche. Offen ist die übrigens auch. Und dann wird das steil. Die Treppen hinauf zum Schloss fordern eine gute Kondition oder ein paar Pausen. Durch einen Torbogen kommen wir auf das Schlossgelände. Noch ein paar steile Meter, dann stehen wir am Eingang des Landgrabenschlosses. Auf der Nordseite schauen wir hinunter zur Elisabethkirche. Da sind wir gestartet. Auf dieser Seite gehen wir zurück. Vorbei am Hexenturm gehen wir durch ein Wohngebiet steil bergab und kommen schon bald wieder an der Elisabethkirche an. Die Tür steht offen und lädt zum Besuch ein. Davon gibt es später wie auch über die anderen Sehenswürdigkeiten ein eigenes Video. Jetzt zeige ich euch auf der Karte noch einmal unseren Weg. Los ging es an der Elisabethkirche. Auf der anderen Straßenseite haben wir das Michelchen besucht. Dann haben wir die Ketzerbach überquert und sind über den Steinweg hinauf in die Oberstadt gegangen. Halt gemacht haben wir an der Wasserscheide, sind leicht bergab zum Kilian gegangen und dann noch etwas weiter nach unten zur Universitätskirche unserer alten Uni. Bei den Hirschberg sind wir wieder hinauf gestiegen und sind auf den Marktplatz und beim Rathaus gelandet. Von hier aus sind wir in der Fußgängerzone ein paar Meter durch die Barfusser Straße gelaufen, dann rechts über Stufen hinauf zur Lutherischen Pfarrkirche. Über die steile Bickeltreppe sind wir in den Bereich des Schlosses hinauf gestiegen. Hier haben wir gesehen wie die Kinder mit dem Ball gespielt haben und sich Menschen ausgeruht haben. Etwas weiter oben ist dann der Eingang des Schlosses. Auf der Nordseite sind wir an dem Hexenturm vorbeigegangen und dann hinunter gestiegen durch ein Wohngebiet, bis wir wieder bei der Elisabethkirche angekommen sind. Natürlich könnt ihr den Weg auch anders herum machen. Dann habt ihr am Anfang den steilen Anstieg und entdeckt die Altstadt von oben her. Viel Spaß dabei und nehmt euch genügend Zeit. Es lohnt sich! Abonnieren Untertitelung des ZDF, 2020